Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen und zwar zu den Patch Notes 8.6 Die sind jetzt raus und es ist mal wieder ein riesiger, gigantischer Patch Das ist ja wirklich krass, was Ryder in letzter Zeit raushaut Ich kann mich noch an einige Patches erinnern, die einfach so klein waren, dass ich wirklich, dass mein Patch Veränderungsherz enttäuscht war Ja, ich freue mich immer auf neue Änderungen und dieser Patch wird natürlich sehr, sehr Assassin-like sein, ja Das das Blade of Traktar, was ist das Problem? Okay, wenn du es dir sehr, sehr früh kaufen kannst, bist du als Assassin super OP Kennt ihr wahrscheinlich, ne, wenn ihr das Ding mal gerusht habt mit 4, nur, okay, jetzt jeder explodiert Wenn ihr aber sagt, okay, ihr seid schlecht im Game oder wollt es erst, keine Ahnung, erst ein QSS oder was weiß ich, was ihr bauen wollt Ne Jumus und baut es zu spät, dann kann es sein, dass euch einfach Damage fehlt Und dementsprechend ist das Balancing komplett ums Dustblade sehr, sehr schwierig, ja Das heißt, Dustblade verliert jetzt Schaden und dafür werden alle AD-Assassins gebufft, um einfach mehr Möglichkeiten zu haben Und weniger Abhängigkeit vom Dustblade selber, finde ich persönlich sehr, sehr cool Das heißt, dass Dustblade macht jetzt super wenig Schaden, kann man nicht sagen, aber deutlich weniger Schaden Macht allerdings jetzt auch für Range Champions und Nahkämpfer denselben Schaden Wichtig hierbei ist jetzt auch, dass ihr natürlich jetzt Wards als Nahkämpfer mit einem Outlet kriegen könnt Das ist super geil, so könnt ihr nämlich ab und zu, ja werdet ihr, obwohl so ein Ward aufblinkt, werdet ihr nicht entdeckt Ja, klar, es wird ausgeschaltet, aber man sieht ja, wenn irgendwo ein Ward verschwindet auf einmal plötzlich, wenn man so ein bisschen aufpasst Aber, was noch dazu kommt ist, dass auch jetzt Blackout, das heißt, diese Sache, wenn ihr ein Ward findet, nicht ebenfalls ausgelöst wird, wenn ihr diese rote Linse anhabt Ja, das ist super zum Tilten, dass das einfach progt, während ihr die Linse anhabt, GG Ja, Graves ist noch nicht ganz da, wo er sein sollte, er kriegt einen kleinen Minibuff, zwar ein bisschen mehr AD-Scaling, ein bisschen mehr Magiel-Sense Hier seine W, die Wind-Up-Animation heißt, dass die Bombe nun schneller bereit ist, das heißt, du stehst schneller im Gas drin, beziehungsweise verlierst schneller deine Vision Bei Kane, das ist jetzt ein Shadow-Assassin-Geschichte quasi mehr oder weniger, ja, das heißt, darauf liegt der Fokus Allerdings profitiert auch der normale, beziehungsweise der rote Raster ein bisschen von Das heißt, wir haben hier 10%, 10% Punkte, mehr AD-Bonus-Damage-Scaling hier Auf der W, das ist ganz cool, wie gesagt, für beide Hier, das ist nur für den Kane in Shadow-Assassin-Form, weil die Rast-Form hat ja irgendwie so ein prozentuales Scaling Ist jetzt grundsätzlich erstmal ganz toll, muss ich sagen, vor allem, also hier das Scaling ist halt wirklich gut Muss aber trotzdem, ich bin enttäuscht, ich bin wirklich enttäuscht, dass die Änderung der Passive nicht dazu gekommen ist Ich hoffe, die wird noch verschoben auf vielleicht den nächsten oder dann irgendwann später Weil, das ist meiner Meinung nach Kanes wirklich größtes Problem, dass du dich teilweise im Early-Game Du kannst Double-Kills bei Minute 3 oder 4 machen und du wirst echt extrem wenig belohnt Und das finde ich etwas schade tatsächlich Dann kommen wir zu K-6 und ich habe mir die K-6-Änderung ja schon ein paar Mal angeschaut Aber im Prinzip bin ich doch sehr, sehr glücklich Ich spiele eigentlich gar kein K-6 und warum sollte ich glücklich sein, das erkläre ich euch jetzt Grundsätzlich, erstmal ist es so, er ist natürlich vermutlich der krasseste Dustblade-User bisher gewesen, ja Er konnte das locker 1, 2, 3, vielleicht mit seiner Passive in der Air auch 5 Mal proppen, keine Ahnung Super, super viel Grundsätzlich wird seine Q krass overbuffed, kann man sagen, ja Das heißt, okay, erstmal geht der Base-Damage etwas runter Dafür kriegt er aber mehr Scalings und jetzt 100% Additional Damage, wenn der Gegner isoliert ist Und Riot hat jetzt gesagt, hey Okay, wir wollen K-6 nicht mehr so Jungle-abhängig machen und die Möglichkeiten woanders wo gehen Das heißt, sie haben erstmal gesagt, okay, die W macht kein Bonus-Damage mehr gegen Monster Das ist erstmal für den Jungle-K-6 scheiße Dafür hat er natürlich hier ein bisschen mehr Schaden Aber Riot hat sich im Prinzip gesagt, okay, wir nehmen ihm jetzt sein Dustblade Beziehungsweise wir schwächen das Dustblade für K-6 Und dafür würde er so und so viel Buffs dazu kriegen Riot hat aber gesagt, okay, hey, wir nehmen jetzt die W weg Und geben ihm dafür noch ein bisschen mehr auf die Q Um ihm Möglichkeiten auf anderen Lanes zu geben Das heißt, welche Lane wollt ihr ansprechen? Top-Lane-K-6 ist komplett scheiße Das heißt, mit-Lane-K-6 könnte wieder richtig on fire kommen Und da freue ich mich drauf Ich meine, ich habe immer schon mal wieder ein bisschen mit-Lane-K-6 gespielt Habe ich auch ab und zu mal hochgeladen War auch absolut broken, hat super viel Spaß gemacht Und da sehe ich mich, da sehe ich mich komplett Also mit-Lane-K-6 habe ich absolut Bock drauf Da, das feiere ich, Leute, ne? Auf jeden Fall Miss Fortune, ebenfalls Drac-Tar-Blade Das heißt hier, ja, AD-Carry kriege ein bisschen mehr Attack-Damage dazu Nocturne kriege ich ja auch so ein bisschen Schaden 50 Schaden, also vor allem Late-Game und mehr Scaling Also Scaling ist wirklich krank Also meistens ist es so, wenn ein Full-AD-Nocturne dich anspringt, ne? Dann explodierst du Aber das ist natürlich ebenfalls Drac-Tar-Blade alles, ne? Das sind die Drac-Tar-Blade-Änderungen Bei Rengar ist es eine Mischung Das heißt, Rengar ist eine Mischung aus, hey, Drac-Tar-Blade-Changes Und aber auch noch quasi aus seinem Rework wird da immer noch ein bisschen von rumgefummelt Die interessanten Sachen sind hier, dass das Q jetzt mehr Scaling hat Es ist besser zu canceln Das heißt, es soll sich angeblich schöner anfühlen Die E hat ebenfalls mehr Scaling Und auch die Ultimate hat mehr Scaling Das heißt, wir haben hier ziemlich viel mehr AD dazu bekommen Ich meine, es gibt ja viele, die bauen hier ein Off-Tank Aber das ist schon ziemlich krass Weil das ist ja Total-Attack-Damage Total-Attack-Damage hier bei der E leider nicht Aber Total-Attack-Damage ist immer schön Gehst du Tank, machst trotzdem mehr Damage Schako ebenfalls Das finde ich übrigens super cool Denn seine Q macht jetzt wieder Schaden Klar, es macht keinen, nicht mehr so diesen Traktar-Blade-Damage Und es ist quasi die Traktar-Änderung Aber eine Q Du benutzt die Q und machst einfach keinen Schaden Das fühlt sich einfach nicht richtig an Das fühlt sich nicht schön an Und deswegen finde ich die Änderung wirklich geil Dann kommen wir zu Talon Der ist natürlich genauso betroffen Und hier muss ich sagen Ich freue mich, glaube ich, schon über diesen Patch Grundsätzlich ist es erstmal so Dass seine Passive gewafft wird Allerdings ist der Schaden von 1 bis 11 gleich Das heißt, ab Level 11 haben wir mehr Damage Also unser Late-Game ist besser Ist auf jeden Fall cool Dafür hat aber unsere Ult 20% mehr Prozentpunkte Muss ich immer sagen Ja, Prozentpunkte Mehr Scaling Und das ist super krank Vor allem ist das nämlich Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue Pro Use Ja, das heißt Raus-Blades Rein-Blades Und das ist unglaublich viel Das Ding außerdem ist Dass jetzt Quasi ich habe immer Jumus first gebaut Das heißt Ich werde gebufft Obwohl ich Jumus Beziehungsweise nie Traktar first gegangen bin Das heißt, mein Early-Game So lange bis ich Jumus baue Und kurz von Traktar gehe Ist super krass gebufft worden Ja, ich habe mehr Damage gebaut Obwohl Und im Prinzip kein Damage verloren Na, ich finde Jumus first einfach super geil Traktar-Blades Brauche ich wirklich nur Wenn ich behind sein sollte Und das ist echt schon top Da freue ich mich drauf Also der Ultimate-Damage war auf jeden Fall zweifach Das heißt, wir haben einfach 40% Scaling dazu bekommen Das ist OP Das ist wirklich OP Das ist GG Das ist Holy Shit Die Gegner werden so explodieren Dann geht es weiter mit Wukong Auch Traktar-Blades Die ist das Wukong ist aber auch generell Relativ schwach Muss man sagen Aktuell Er kriegt mehr Scaling Auf seiner Q Wenn er Punkte reinpackt Normalerweise sollte man immer Ich habe letztens gelesen Ja, hey Tobi Ich mag es ganz gerne in die Q Ihr solltet auf jeden Fall Die E-Maxen auf Wukong Die ist super geil Also als erstes Und deswegen Aber ich wusste auch gar nicht Dass das Scaling Also weiß ich nicht Ist auf jeden Fall ganz nett Aber das ist so ein scheiß Scaling Hat er Das sind 10% AD-Scaling Leute 10% auf Stufe 1 Das ist super RIP 10% ist GG Ja, dann haben wir noch Zett mit dabei Zett macht jetzt weniger Schaden An Zielen Wo sein Q durchgeht Das heißt, das erste Ziel Waren ja immer 100% Das zweite waren 60% Jetzt sind es nur noch 50% Also hier haben wir einen kleinen Nerf Es ist also wichtig Dass man die Ziele versucht zu treffen Ich meine, das war schon immer wichtig Aber jetzt merkt man es halt richtig krass Das ist der Damage Du kannst nicht einfach das Blade Durch die Minions durchwerfen Und dann auf den Champion Da kommt einfach nichts mehr durch Dafür ist allerdings gewafft worden Dass du jetzt 100% Schaden Durch deinen zweiten Schuriken machst Das heißt Schuriken drauf Dein Geist wirft auch noch Schuriken War bisher 75% Sind jetzt 100% Das ist der Traktar Blade Buff Außerdem kriegt er mehr Scaling Beziehungsweise mehr Damage Im Late Game Auf seiner Ultimate Hier haben wir 40 statt 35 Und dann 55 statt 45 Ist auf jeden Fall geil Kaiser kriegt auch super viele coole Hinderungen Kaiser ist aktuell So dass sie Wie soll man sagen Wenn sie einmal fett im Game ist Ist sie sehr sehr stark Aber sie hat Probleme fett zu werden Und wenn sie natürlich Gar Also Sie braucht so ein bisschen Ja so ein bisschen mehr Power Im Early Game Beziehungsweise Hat sie halt wirklich Probleme Und kriegt oft auf die Fresse Das heißt Deswegen wird erstmal ihre Tech Range erhöht Gerade in der Lane Kriegt sie zu oft in der Fresse Außerdem macht sie jetzt Mehr AP Scaling auf ihrer Passive Das ist sehr sehr cool Also wirklich deutlich mehr AP Scaling Außerdem auch mehr AP Scaling auf ihre Q Man hat hier gesagt Die AP Komponente ist einfach noch zu schwach Hat jetzt quasi 0,4 Und auf Das ist halt wirklich krass Wenn alle 6 Raketen treffen Das ist ein 100%iges AP Scaling Das ist super gut Das ist echt sau stark Woizika kriegt zwar etwas weniger Aber hier steht extra Es ist kein Nerf Weil unsere Passive Die wird ja direkt mit drauf gemacht Wurde der Damage erhöht Und dadurch gleicht sich das quasi aus Ja Das fällt ihnen aus gleich Ihre Ehe wird jetzt schneller gecastet Das heißt Sie ist nicht so lange Oder kann nicht so lange nicht angreifen Außerdem kriegt sie mehr Move und Speed Das ist cool Und bei ihrer Ultimate Haben wir ebenfalls Dass sie jetzt weiter springen kann Also der Radius um den Gegner Posieren springen kann Das ist etwas größer Sie muss also nicht direkt in sein Gesicht springen Und das Schild wird sofort beim Sprung aktiviert Ich glaube das ist auch eine super geile Änderung Hält aber trotzdem danach 3 Sekunden Dauer ist also gleich Fängt aber schon früher an Also die Dauer nach dem Sprung Dann haben wir noch Lee Sin Er spielt kein Lee Sin Bitte Spielt kein Lee Sin Lee Sin kriegt jetzt mehr Energie wieder mit der Zeit Das ist eigentlich ziemlich cool Ist ganz nett Das benutzt Also das solltet ihr halt als Lee Sin Spieler Wirklich lernen damit umzugehen Dass ihr die Energie komplett reinkriegt Das hier finde ich wirklich krass Und zwar kriegt ihr jetzt 100 mehr Range auf der Queue Das könnte echt hart werden Weil oft hast du so diesen Lee Sin Moment Wo du weggrennst Und der Gegner will dir das Queue hinterherwerfen Und du willst dann ausweichen Und du denkst einfach Du kannst es dort schon Aber dadurch dass die Range jetzt hörst Du musst dich wirklich dran gewöhnen Trifft er dich Du denkst okay Hey das trifft mich nicht Und darauf trifft es sich Das ist wirklich immer ein sehr sehr schlimmer Moment Aber Ja Weiter auch noch Viel viel Schaden auf der Ultimate Das wird eh bald irgendwann wieder reduziert werden Also macht euch absolut keine Hoffnung Das war schon 100 mal bei 600 Und wurde schon 100 mal wieder auf 450 reduziert Naja ich weiß nicht wie wir das noch machen wollen Aber im Prinzip sind das die Ausgleichs dafür Dass sein Tracker Snife weg ist Aber Lee Sin ist scheiße Leute So Lucien ist auch scheiße übrigens Kriegt Also sie ist wirklich scheiße Er hat 47, 48% Winrate Kriegt dafür mehr Schaden Und auch mehr Scaling auf sein Ultimate Das klingt jetzt erstmal hier nicht viel Was er bekommt Aber ihr müsst sehen 4,0 Das sind 400% AD Scaling Jetzt sind es 5 Der hat einfach 100% mehr AD Scaling Dazu bekommen Auf Stufe 1 150 auf Stufe 3 Aber natürlich Es ist bei allen Schüssen Du musst alle Schüsse durchkriegen Damit das Scaling wirklich durchkommt Aber Luciens Ultimate Ist einer der stärksten Ultimates In Game Was den Maximal Damage angeht Quinn Ist auch scheiße Aber Quinn Also ist natürlich nur Geschmackssache Kann jeder Aber ihr wisst Das sind alles so Feed Champions Das sind alles Champions Die gehen hier Vor allem Quinn Aber trotzdem Ich mochte eine Zeit lang Sehr, sehr gerne Quinn Und Quinn kriegt eine coole Händung Deswegen kann ich das auch sagen Wenn ein Ziel markiert wird Während ihr es schon angreift Wird das ausgelöst Und das ist super krass Also es fühlte sich bisher auch Immer, immer scheiße an Und hat eine neue Soundordination Das ist ganz, ganz wichtig Außerdem wird ihre Ultimate Sehr, sehr schön gemacht Und zwar Passieren ganz viele Dinge Erstmal wenn du es castest Und dann angegriffen wirst Wird es nicht mehr abgebrochen Sondern du kannst es weiter channeln Wenn du durch die Gegend fliegst Und ein Champion dich angreift Wirst du nicht mehr abgemountet Nur dein Move-in-Speed ist weniger Und wenn du damit quasi Champions triffst Dann werden alle Vulnerable gemarkt Ja, das heißt Die haben quasi Diese Passive-Markierungen drauf Und im Prinzip So ein paar Schön, Schönigkeiten Sag ich mal Ist auf jeden Fall alles ganz nett Vor allem das hier oben Finde ich aber wirklich, wirklich gut Dann geht es weiter nach Rakan Die Änderung verstehe ich nicht ganz Das Problem Grundsätzlich ist Dass man sagt Dass Rakan und Xayah zusammen zu stark sind Deswegen muss es da ein bisschen getunt werden Allerdings kriegt Rakan erstmal hier Ein paar Buffs Und zwar kriegt er mehr AP-Scanning Auf seiner Q und auf seiner W Verstehe ich halt nicht Weil Ich habe noch nie einen Rakan gesehen Der auf AP baut Außer mich selbst Und Dieser Rakan war richtig scheiße Der Rakan macht keinen Schaden Ja, also mit diesen AP-Scannings Vielleicht sogar schon Hier 20%, hier 10%, also die W Könnte schon damage Aber eigentlich willst du auf Rakan Nur nicht AP bauen, oder? Weiß ich nicht Aber Ich bin auch nicht der Support-Main Vielleicht seid ihr es ja Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu droppen Battle Dance wird etwas erhöht Das heißt Quasi Springt er besser zu anderen Champions Die nicht Xayah sind Und zu Xayah bleibt es gleich Ja, das heißt Hier will man Na die Performance mit anderen Champions Etwas buffen Weil da ist Rakan wirklich sehr, sehr schwach Und jetzt kommt nämlich der Nerf Zu Xayah-Rakan-Kombo Und zwar ist es so Wenn du Deadly Blue Marsh An hast Dann schießt Ja Rakan und Xayah Jedes Mal Wenn sie outwitten So eine Salve Pfeil und Fehlern Irgendwas auf den Gegner Und das wird jetzt immer nur noch Von einem ausgelöst Vorher haben es beide ausgelöst Jetzt löst es nur noch einer aus Das ist ein ziemlich harter Nerf Muss man tatsächlich sagen Vor allem ein ziemlich harter Nerf Im Early Game Early Game hat es richtig viel rausgekommen Aber natürlich auch Durchs ganze Game weg Ne? Jurelias Reverie War ja schon sehr, sehr oft geplant Ist jetzt tatsächlich dann auch mal Im Game angekommen Ist ganz nett Kann man machen Abissile Mask Finde ich doch sehr cool Die Änderung Denn Abissile Mask Fuckt mich komplett ab Wer kennt sich in der Mitte Der schöne Rise Die Kassopaya Die dieses Item bauen Es ist eigentlich nicht gedacht Für Magier Sondern eigentlich gedacht Für Tanks So ein Marokal Der ein bisschen mehr Magic Damage Haben wir Für die ist es cool Und für andere jetzt nicht so geil Und das hier wird es zerstören Das heißt Es ist nämlich so Dass jetzt der Aura Radius Von 700 Edge to Edge Also Ecke des Champions Bis zur Ecke des Champions Auf 325 Center to Center Geändert wurde Das heißt Mitte zu Mitte 325 Das ist halt Ultra Es hat gar keine Range mehr Also es ist unglaublich wenig Bedeutet so viel wie Wenn du ein Magier bist Und sowas wie Kassopaya Dann musst du quasi Um diesen Bonus Damage Faktor zu haben Neben dem Gegner stehen Ist also komplett ripp Was ich allerdings ein bisschen schade finde Ist Ich als ab und zu Irgendwann mal Autofill Tank Spieler Hätte mir so gedacht Okay hey Wir haben gerade viele APler im Team Ich kaufe das um mein Team zu unterstützen Der Faktor geht dann natürlich auch So ein bisschen flöten Weil dann muss ich ja die ganze Zeit Neben Kassopaya stehen Dass die mehr Schaden macht Oder beziehungsweise Neben ihren Gegner Weiß ich nicht so ganz Aber trotzdem finde ich Die Änderung cool Weil das ist in der Mitte Ist echt ripp Seraphs Embrace Ist viel zu stark aktuell Deswegen hält das Schild weniger Und gibt ein kleineres Schild Deadman's Plate Ebenfalls Habe ich schon in meinem anderen Video gesagt Habt ihr vielleicht kurz mitbekommen Das Item Wenn ihr nicht mit 100 Stacks es auslöst Dann bekommt ihr keinen Schaden Und keinen Effekt Und das ist ziemlich ripp Weil niemand achtet auf die 6 Niemand Und deswegen wird es jetzt so gemacht Dass die Stacks jedes Mal Wenn ihr angreift Verwendet werden Und pro Stack Macht ihr einen Damage Magic Damage Ist auf jeden Fall ganz nett So macht es auch eigentlich wieder Sinn Das Item Die Idee Wie es vorher war War cool Aber war nicht so gut umsetzbar Ehrlich gesagt Außerdem ist es aber so Ihr könnt nicht laufend angreifen Laufend angreifen So dass ihr die ganze Zeit Bonus Magic Damage habt Sondern Sobald ihr Euren Auto Tech Auf Cooldown habt Könnt ihr keine Stacks generieren Ist eine gute Mechanik Ginsu's Rageblade Ginsu's Rageblade Hat aktuell das Problem Dass es Als First Item Power Spike Item Zu stark ist Du baust es Und bist sofort GG Und jetzt soll es ein Scalendes Item sein Und auch für mehrere Champions Das heißt Erstmal ist der Item Weg Ja da ist jetzt so ein Buch drin Stattdessen AD gibt es super krass Wenig nur 25 und AP auch 25 Super krass weniger Dafür kostet es aber auch 600 Gold weniger Es macht Onnit Damage Nur 5 Scaled aber mit AP Und ebenfalls Macht es Onnit Damage Ebenfalls Physical Damage 5 Das heißt wir haben eine Mischung Aus Magic und Physical Damage Was jetzt aber Über krass interessant wird Es gibt keine Flat 4 AP mehr Sondern 4% Ability Power Scaling 4% mal 6 24% AP Ist ziemlich krank Wenn man sich das mal so vorstellt Ja also auch bei AD dasselbe Das heißt hier nicht mehr Flat sondern prozentual Ich habe mir schon überlegt Okay hey So ein Gin damit könnte Über krass sein Allerdings war es mit Gin Natürlich jetzt nicht so krass Schnell viele Autotecks Um das zu stacken Aber Nö So Könnte ziemlich Ziemlich insane sein Da so ein paar Stacks dazu bekommen Muss man natürlich mal austesten Ich denke es gibt so einige Champions Kaiser Ich glaube für Kaiser Ich meine sie hat es sowieso gebaut Aber auch für Diana So dieses prozentuale AP Scaling Könnte echt cool sein Ich könnte mir ja mal sagen Welche Champions ihr noch im Sinn habt Ist auf jeden Fall ein Item was du nicht mehr rushen möchtest Und damit ist Varus glaube ich Ich weiß nicht ob er gefickt ist Aber erstmal so ein Early Game auf jeden Fall Hackstack GLP ist kacke Deswegen kostet es weniger Static Shift ist zu krass Naja zu viel Wave Queer Deswegen wird der Wave Queer jetzt genervt In dem es kein Bonus Damage mehr an Minions macht Und weniger Schaden macht Und im gleichen Zug wird Rapid Fire Cannon gebufft Weil Rapid Fire Baut wirklich keiner Ich mag Ich sage immer wieder Ich mag das Symbol Ich finde es einfach toll Und das wäre für mich Ein Grund es zu kaufen Ignite wird ebenfalls gebufft Finde ich super geil Denn Ignite ist das Problem Das ist super krass Outclass wird von hier Teleport, Barrier, Exhaust und so weiter Das heißt gerade im Pro Play auch Da bauen einfach So gut wie keine Ignite mit Und weil Teleport Das ist halt einfach Diese Saves sind einfach super nice Und dadurch dass Ignite jetzt gebufft wird Das heißt super viel mehr Damage Ist richtig krass Weil ich gehe schon immer Ignite Ich mag Ignite einfach Und dadurch wird mein Playstyle natürlich belohnt Hier im gleichen Moment Wird genervt und hat 3 Sekunden mehr Das heißt wenn wir Vital und zusammenfassen Mehr Ultimate Scaling Mehr Passive im Late Game Mehr besseres Ignite dazu Erstmal schon mal ziemlich geil Allerdings muss ich euch gleich nochmal trüben Conqueror Runde kommt dazu Gibt nur noch 35 AD im Late Game Ist also super krass runter Damals ursprünglich 60 AD Dann 40 Jetzt noch 35 Hält auf Fernkämpfern nur 3 Sekunden Weil es nicht refreshbar ist Ähm Ja genau Das hier ist nämlich nur für Melee Champions Das heißt auf Fernkämpfern kommt ihr Probiert es nicht aus Das könnt ihr komplett vergessen Für Nahkämpfer könnte es wirklich gut sein Ihr müsst aber permanent am Gegner dran kleben bleiben Master Yi zum Beispiel Bound Plating hält nur noch 3 Sekunden Ist ziemlich nice Man kann schön da rumspielen Allerdings kommt jetzt die Rune Die mich schon wieder tiltet Crysalis Falls man es so ausspricht Und zwar ersetzt sie die Rune Iron Skin und Mirror Shell Das heißt ihr bekommt Das war die Rüstungs Rune Und die Magieressenz Rune Und hier ist es jetzt so Das ist jetzt verstehe ich auch die Rune Ihr bekommt 60 HP am Anfang Ist cool Und wenn ihr 4 Gegner kaputt gemacht habt Wird das umgewandelt in 9 Attack Damage Oder 15 HP Und der Sinn hinter dieser Rune ist ganz einfach Du spielst einen Champion Wo du sagst Okay hey Mein Early Game Ich möchte ein bisschen überleben Und im Late Game Dann wenn ich so ein bisschen gescaled habe Möchte ich ausrasten Nehmen wir einfach mal als Beispiel Master Yi Sagen wir jetzt einfach mal Master Yi mitlein Weil er würde perfekt passen Naja ich weiß Master Yi mitlein ist kein Ding Aber mir fällt gerade kein besserer Champion ein Das heißt du sagst Okay du hast 60 HP mehr Und am Anfang willst du nur farmen Und später dann wenn du geil bist Und mehr Geld hast Und dann hast du da zusätzlichen Damage dazu bekommen Ne Das heißt für solche scalenden Champions Die im Early Game nicht sterben wollen Und ich hasse diese Rune Weil im Prinzip wird jeder diese Rune auf Talon nehmen Diese plus Bone Ich weiß nicht ob Bone Plating noch so geil ist Aber Ne plus Bone Plating Und du bist im Early Game Du hast 60 HP mehr Das ist der perfekte Assassin Counter einfach Ne Der absolut gut Würde ich persönlich euch Rat mitzunehmen Auch wenn ich nicht möchte Dass ihr es mitnehmen Zumindest nicht gegen mich Ich würde es euch aber raten Ansonsten Ja Haben wir noch ein paar 3 und 3 Änderungen Ne Honor Voice Chat kommt ebenfalls dazu Und damit sind wir auch durch Das ich habe wirklich durchgerutscht Ihr könnt mir absolut eure Meinung nennen Ich bin froh darüber Über jede Meinung Mich hat es auf jeden Fall gepackt Hier sind coole Sachen drin Ich wünsche euch was Auf Wiedersehen Und tschüss Das ist schon Ich wünsche euch das